Gorillas sind ja eigentlich kann man sagen grundsätzlich Vegetarier und so sieht das dann bei uns auch aus, dass wir grundsätzlich erstmal nur natürlich Gemüse verfüttern, ähnlich wie der Löwenzahn auf der Wiese, aber wie man sie eben gezüchtet wird eben auch in guten Hotelküchen verwendet und sehr gesund, fressen sie sehr sehr gerne und natürlich grünen Salat und wir bekommen das Futter aus unserem Futtermarazin und da sind wir natürlich ja in einer stetigen Verbindung und ich schreibe Futterpläne, so was wir hier für die Tiere brauchen. Das Grüne bekommen sie um 11.30 Uhr und das was ich wie gesagt vorhin schon gesagt habe, das wäre eine gemisste Fütterung um 15 Uhr, alles gesunde Sachen, was wir eigentlich aus unserer Küche kennen. Der Mensch kann sich schwer vorstellen, dass eine Zwiebel, wir machen sie gerne mal so in Salat rein, aber einfach mal so rein zu beißen ist für uns nicht so leicht vorstellbar, aber die Gorillas fressen Zwiebeln sehr gerne, wie auch alle anderen Menschenaffen. Zwiebeln haben auch eine antibiotische Wirkung und ist also auch darmreinigend und sie haben noch so ein Stückchen Trimmfleisch. Das ist einfach eine ganz kleine Futterabwechslung und das fressen wir ganz gerne. Also fünf, sechs Mal werden sie am Tag gefüttert bei uns. So sieht die Fertischüssel aus und mein Mitarbeiter, der geht in Affair um 14 Uhr und schmeißt es den Tieren rüber. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.